Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ja, Hauptthema wird sein der E-Mail-Verkehr mit Firma Jobcenter. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte. Könnt ihr euch gerne angucken bei VK, bei BitChute. Dies ist bei WNUS TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.